Sir Arthur Wittenbrown war ein britischer Flugpionier. Er war als Navigator neben dem Piloten John Alcock Teilnehmer des ersten erfolgreichen Non-Stop-Flugs über den Atlantik. Erster Transatlantik-Nonstop-Flug Der Transatlantik-Nonstop-Flug von West nach Ost startete am 14. Juni 1919 um 13.45 Uhr herorts Zeit in St. Johns im kanadischen Neufundland. Die Landung erfolgte nach 15 Stunden und 57 Minuten Flugzeit und zurückgelegten 1980 nautischen Meilen in der Nähe von Kleifdeng in Irland. Der Flug wurde mit einem speziell für den Flug umgebauten Wickerswimmy-Bomber durchgeführt, der als Langstreckenbomber im Ersten Weltkrieg entwickelt worden war. Während des Fluges musste Braun das Flugzeug verlassen und einen der beiden Motoren vom Eis befreien. Alcock und Braun gewannen mit dem Flug einen von der Londoner Zeitung Daily Mail ausgesetzten Preis von 10.000 Pfund für den ersten Non-Stop-Flug über den Atlantik. Bei der Landung erwies sich die ausgewählte grüne Wiese als Teil des gefährlichen Derry-Gimlack-Moors, sodass die Räder im Sumpf versanken und sich die Maschine auf die Nase stellte. Alcock und Braun blieben unverletzt. Die Motorenentwicklung lieferte Harry Ricardo, das optimierte Flugbenzin, die Royal Dutch Shell Company durch Robert Wallikon. Werdegang Arthur Wittenbraun war vor dem Ersten Weltkrieg ausgebildeter Ingenieur. Im Krieg wurde er am 10. November 1915 schwer verwundet und geriet in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft vertiefte er seine Flugzeugnavigationskenntnisse. Anlässlich eines Besuchs in den Wickerswerken wurde ihm der Navigator-Posten für den bereits mit John Alcock als Piloten geplanten Transatlantik-Flug angeboten. Wenige Tage nach dem Flug wurden Alcock und Braun von König George V. zum Ritter geschlagen. Anlässlich eines Besuchs in den WDR. zum Ritter geschlagen. Vielen Dank.